Hallo, Deutsch-Oberstufe 1, Lektion 90, die wichtigsten Abkürzungen. Heute machen wir noch eine kleine Übung aus dem Schubert Verlag, wieder für das B2-Sprachniveau. Vergangenheitsformen der Verben, クワゴヒョング, アヨンカツイ, タシハンボンテック, アプシダ。 Ergänzen Sie die angegebenen Verben im Präteritum, also erstmal hier oben das Präteritum, вечeren Art ist das Präteritum. podstawie ich esse ich ades gan da ich gehe ich ging. Und daumb B, 우리가 뭘 해야 돼? presence 만들고, Berishop, dazu einmal Präteritum, also A 2, und perfect nu, parameters sindiece casts, ré curriculum wird schwierig oder compress wirds im Bereich da? Das ist eine Übung hier, 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 우리가 지금 하고 있는 거는 연습이죠? 문법 연습, 아니면 학습에 관한 연습은 Übung, 하지만 음악 이야기할 때는 물론, 한국의 경우도 Übung가 안 나오고, 대신에 Proben, B-Probe, 복수, D-Proben 씁니다. 자, Beginnen. I가 어떻게 돼? A가 됐죠? 그러면, Das Orchester begin. Mit den Proben in Presence, Das Orchester, Es begin,이죠? Preteritum, 그대로, Es begin. Und, 현재 완료형, Perfekt. Das Orchester, Es hat begonnen. 여기는, 조동사, Seinhaben도 같이 선택하셔야 하죠. 2. Abbiegen. 2. Er, 복. Er, 복. Er, 복. An der Kreuzung, rechts, 앞. Saakuri에서는 앉읍시다. An der Kreuzung, abbiegen. Er, 복, rechts, 앞. Also, 이렇게 오른쪽으로 해전했어. Und, in Presence, sagen wir natürlich, Er, biegt ab. Unidong saraso, biegen 먼저, Diyosugi, ab. Er, biegt ab. Preteritum, Er, 복, ab. Perfekt. Er, ist, abgebogen. Idong iraso, Sein Subshida. Leiden, 뭔가, 기억da, 당hada 있죠? Der Sänger, aha, unter starken Kopfschmerzen. 역시, 여기는 조금 애매하네요. Leiden nun, check. Unter, etwas leiden, und an, etwas leiden. 분명한 규칙이 아니겠지만, 그래도, 경향이 분명 있고, 건강에 관한 이야기. Also, 어떤 질병이나, 어떤 아픔은, sol치기만 하면, unter보다 안가 조금 더 나. Der Sänger, litte an starken Kopfschmerzen. Makuretou, Yogi chorom. Er, litte unter starken Kopfschmerzen, unter Soto, Munsenun, Obsoyo. Und, in Presence, er, leidet. Also, aid ga ikkite wune, itzaimandoriya죠. Er, litte, er, leidet. Er, litte. Perfekt. Er, hat, gelitt. Und, en, er, hat, gelitten. Er, litte. Abbrechen. Chungdanhada. Wegen starker Kopfschmerzen. Kanghan. Mori. Apomicho. Demune. Wegen starker Kopfschmerzen. Brach. Der Sänger. Das Konzert. Ab. Litte. Abbrechen. Quago. Er brach. Ding, ding, ding. Ab. Presence. Er bricht ab. Präteritum. Akatom. Er brach ab. Perfekt. Er, hat, Ab. Gebrochen. Er hat, das Konzert. Ab. Gebrochen. Fressen. Essen. Katunuhalion. 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 Der Hund war krank. Und, fressen. Essen. Essen. As. Kurumion. Fraas. Katunuhalion. Der Hund war krank. Und, fraas. Nichts mehr. Amogoto. Apunika. Fressens. Er. Frist. Er. Fraas. Perfekt. Er. Hat. Gebrochen. Er hat. Gebrochen. Er. Er. Etwas. Liest. Er. 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 Es lässt mir keine Ruhe, es lässt mir keine Ruhe, es lässt mir keine Ruhe, perfekt, es hat gelassen, 여기는 다른 동사가 같은 문장 안에 없기 때문에 gelassen subschida. 하지만 다른 동사, hage하다, 시키다, 등등, 이런 의미로 다른 동사 lassen, 같이 있으면, 원형, 화고형, ich habe mir die Haare schneiden lassen,처럼, aber 여기는 그냥 hat gelassen subschida. Nummer 7, erschrecken, das ist erschrecken, als ihn eine Hand von hinten berührte, von hinten, hinten, wie so, berühren ist, wie 이렇게, tatshada, man sieht also, erschrak, eher furchtbar, eher erschrak, wow, moya, kapsakia, furchtbar ist, omtong mani, omtong nage, ajunomuna, das ist furchtbar, 어떤 얘기가 furchtbar, nun, 너무 무섭겠다, 너무 심한 얘기, wow, 안된다, 성격적인 소식 받았을 때도, das ist furchtbar, wow, 하지만, furchtbar, 동사, eher erschrak, furchtbar, 엄청나게 놀았어요. Im Präsenz sagen wir dann, eher erschreckt, erschreckt und erschreckt, erschreckt, 라는 동사도 있어요. 이 차이는 원어민한테도 너무 어렵고, 수업에서는 제가 자세히 설명드릴게요. 여기 가볍게 말하면, erschreckt은 나는 가해자 입장, 나는 다른 사람한테 이렇게 놀라게 만들다, kapsakum, 같은 거이죠. erschreckt은 나는, 어, 뭐야, 나는 비해자가 된다. 하지만, Umgangsprache, 석고, kun양, 알아서, 둘러실때는, monomindo, 이 차이는 신경 안서요. 그래도 일단, erschreckt und erschreckt, 이, und 이, 둘 다 있는 것을, 혹시 요요가 있으면, 읽어보세요. Dan nochmal, Präteritum, er erschrak, perfekt, er ist erschrocken, 요gy는 seinける. 멘야, 민요, 이거, 성강 Loativos, 일야, 기다. KRIECHEN, 이거, 일종, 방식이 줘, 요gy처럼, KRIECHEN, haben요. 자, KRIECHEN, zum Beispiel, die Katze kroch unter das Sofa. Präsens, sie kriecht unter das Sofa, sie kroch, und, 이동, 동, 사�ras어, sie ist gekrochen, sie ist gekrochen. 할 땐 다시 못 맺er 봐야 하죠. Also, 손으로 잡다 아니면 생각하다. Maria Heelt. 조심. Beelkwulichichok. Heelt입니다. Maria Heelt Peter. Be sehr für einen zu verletzigen Freund. Also, 여기는 Maria는 Peter에 관한 생각에 어떻게 생각했어? 지금까지는 Peter라는 사람은 믿을 수 있는 친구였다. 이 사람 믿을 수 있어요. 이렇게 생각했어요. 이 사람 믿을 수 있는 친구였다. 이 사람 믿을 수 있는 친구였다. Maria Heelt. Peter. Be sehr für einen zuverletzigen Freund. Sie hält. Sie heelt. Und sie hat gehalten. Sie hat Peter für einen zuverletzigen Freund gehalten. Schreiben. Der Schüler schrieb. Mani so so. Schreiben. Schrieb. Der Schüler schrieb gestern im Deutschunterricht einen Aussatz. Er schreibt natürlich. Er schrieb. Und perfekt. Er hat geschrieben. Das war schon wieder für heute. Die Vergangenheitsformen. Kwa-go-yung-juri. Das sind sehr wichtige Sachen. Deswegen machen wir auch im nächsten Video noch ein bisschen weiter mit. Genau derselben Übung. 다음 동영상에서 똑같은 연습 다른 동사랑 같이 조금 더 해봅시다. Danke für's zu sehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann.